Das war mit Sicherheit einer der härtesten Einsätze, die ich jetzt gehabt habe in der Serie. 40 Minuten bei den Temperaturen, das ist doch mal ein Hochleistungssport. Sehr schön, sehr schön. Ich habe das nicht erwartet. Es ist ein guter Spaß. Sehr schöne Serie. Vielen Dank an alle. Sehr schöne Organisation. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Wir haben in Spa öfter das Problem, ein Colossal Getriebsschaden. Sieht happens, Montersport. Mal ja, mal nein. Mal gewinnt man, mal verliert man. Es waren super Rennen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Schade, dass der Korn mit Schaden ausgefallen ist oder stehen geblieben ist. Auf uns war alles Paletti, alles super.